Level Nummer 11. Nein, 10. Entschuldigung. Oder war es noch die 11? Wir werden sehen. Strategie. Technos gegen den Arcades. Modus hat AI. Jetzt wollen wir mal gucken. Jawohl. The Great World, die große Lehre. Level 11, meine Damen und Herren, meine Level 11 oder 11. Bei mir wird es immer gerne verüht. So. Alles klar, akzeptieren wir. Arcade und Playboy. Jawohl. Klicken. Ein bisschen was zu lesen. So. Okay. Moment, kurzer Prüfung. Alles klar, wunderbar. Okay, machen wir weiter. Los geht's. Okay. Okay. Erkane sind dran. Oh, Mann. Ich bin dran. Da war's. Da war's. Da ist doch nichts zu. Ich denke mal, den verkaufe ich. So. Eins, zwei, drei. Gut, das geht's. Ganz klar kann man aufpassen, welches Level man hier beobacht. Okay. Okay. Ich bin dran. Ich kann's töten. Das geht. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Kan's. Oh, Mann. Ich bin dran. Es ist da. Ich bin dran. Ich bin dran. Hm, gut. Ich muss schon mal sehr gut nachfolgreich. Lasst uns schütteln die Hände. Oh, das ist schon schütteln. Kritisch, kritisch, wenn der... Der hätte mich theoretisch gesehen beißen können, da wäre es tot gewesen. Das machst du dann. Die Kilo war jetzt ganz dringend erforderlich. Die Kilo war jetzt ganz dringend. Das ist eine einfache Angelegenheit. Ich liebe das, wenn der so schnell schießt, das ist richtig cool. Das wird übel. Das wird mies. Da habe ich keine Chance. Ach, was macht denn der Kilo so auf die Eier? Verdammt! Da habe ich keine Chance, das ist zu gut. Da habe ich einen Nachteil. Mit dem kriege ich überhaupt diesen Schlachtfeld gegen diesen Typen. Ja, Entschuldigung. Das ist eigentlich mein Controller irgendwie. Das ist... Das muss ich so halten. 100 Meter Mikrofone planen. Sounderkennung etwas für Tränen. Wo man recht ist. Gute Frage. Musst du mal später gucken. Keine Ahnung. So. So. Ich bin dran. Ich bin dran. Das ist mir egal. Okay, dann weiß ich, was das ist. Scheiße, das wird uncool. Okay. Ich bin dran. Ich bin dran. Das geht mit auf die Eier. So. Was? Einstellungen. Okay. Dann Mikrofon. Mit Einstellungen. Mikrofon raussperren. Okay. Ach so. Ich muss jetzt mal kurz klicken. Prüfen. Moment. Jetzt haben wir sofort. So, ich muss erst mal hier rein. Frage mich, wie ich jetzt eigentlich in den schwulen Regeln rumstellen muss. Schließschwelle. Das müssen wir mal später machen. Das müssen wir mal später machen. Ich bin dran. Nicht drumherum. Ich glaube, ich bin tot. Ich glaube, ich bin tot. Ah, fuck. Keine Ahnung, dass ich das gewinnen soll. Ich glaube, ich bin tot. Ich glaube, ich bin tot. Auf die Fresse hauen. Auf die Fresse hauen. Das kann auch vielleicht daran liegen, dass dieser, äh, Controller recht neu ist. Da darf ich jetzt schon vor zwei Wochen. Ja, zwei Wochen oder so. Wo kommt das hin? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich sie recht selten damit gespielt. Sprich, die Tasten sind noch recht frisch. Oh nein. Jawohl, in die Fresse getreten. Ich habe besser gesagt, ich habe in die Fresse gelatscht. Sehr gut. Okay. Gegner ist dran. Drei Raketen. In der Enge. Das könnte vielleicht klappen. Wenn es um die Ecke kommt, lässt sich ihr das Ding in den Arsch. Zwischen die Ecke kleben. Wenn es da rankommt, ist sie tot. Komm. Jeden Sprung steckt das. Treffer. Jawohl. Nein, nein, nein. Ja. Zwei live, alter. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Der fällt schon auseinander. Den musst du nur noch berühren. Und dann fällt der Bot auseinander. Ich habe zwei live. Der Gegner hat auch alles verbraten. Das kann ich gewinnen. Das war noch nie so knapp. Oh Gott. Der Gegner gibt ab. Ist klar. Nein, 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 nein. Verschwebern. Er wird ein Actron bauen. Ein Prama, okay. Ein Kriegs. Okay, das geht noch. Das geht noch. Nun kann ich eventuell auch beikommen. 100. Hm. Was kann ich für 100 kaufen? Was darf ich kaufen? Ein Reißer-Fan. Ja gut, warum nicht? Das eke Typ. Der will unbedingt dahinter. Der will unbedingt hier hin. Das ist schlecht. Ich muss den Kampf dort beitreten. Miese Sache, miese Sache. Wo bin ich da? Wo bin ich? Der ist auf einen gewinnt. Mütendot. Hm. Er ist auf einen ultimativ schwach. Wird sich nicht so fehlt, den Ficker beim Heilen zu investieren. Also wird er verkauft. Um, kommt neuer. Ja gut. Er geht da hin. Ich glaube, ich sollte hier Teslas einsetzen. Geht da jetzt für mindestens drei Runden Sendepause. Das ist richtig gut. Nein, nein, nein. Ich klappe mir hier auf diesen Plateau. Das ist doch ein Vorteil. Hm. Und dann kann man hier. The Lab. Okay. Das ist dein Curry. Okay, ich brauche einen. Ja, das habe ich gerade mal hier mit zugeschaut. Weil das ist gleichzeitig ein Stream. Bei YouTube ist es dann normales Video. Konventionell. Halt und inne. Ich lasse ihn mal dort stehen. Okay. Darf ich schon drüber brauchen. Jep. Darf ich. So, ist der nächste drauf. Der Sendepause. Sehr gut. Das ist die Gold. Ich lasse es rüber. Oh Mann, er chronoportiert ihn. Ziel. Und dann haben sie dann nur ein Aura. Das ist sehr gut. Na, was denn? Versucht man sich an einen stillen Racer-Fan zu verbeißen? Das ist natürlich nicht so gut. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich mache die Typen da drüben Madness. Ich hoffe, das geht. Mal sehen. Ich weiß nicht, was ich mir sehen. Nein, ich darf nicht. Ich muss ja mitrufen. Egal, ob sie da stehen. Da brauche ich auf jeden Fall einen Tesla nochmal. Da muss ein Tesla zum Einsatz kommen. Der identifiziert die Scheiße aus den Idioten raus. Da muss ich auf jeden Fall sein. Ich bin so schnell Ich bin so schnell Komm Oda sehr gut was hat mich hier für siegen das war level 11 die große lehrer so das war es erst mal